Pass auf! Da habe ich doch direkt Bock auf... Minecraft! Guten Tag, wir werden heute den Enderdrachen vorbereiten. Ja, was soll ich sagen? Gumadras Haus? Äh... Da hat sich jetzt nicht viel getan. Das sieht aus wie ein Haufen... Ja, Leute, wir grinden fricken Minecraft. Let's go, würde ich sagen. Ich gehe jetzt gleich direkt zu Max und Romatra in den... In den... In den... TS ist der Name. Was sagt ihr, Chat? Soll ich schnell ein YouTube-Video machen, dass ich streame oder nicht? Was sagt ihr? Okay, das geht, Alter. Dann mache ich jetzt noch live ganz kurz für euch ein YouTube-Video. Let's go. Hey, Freunde! Es ist euer Eagle. Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Hey, Freund! Was soll denn das? Ich habe doch hier schon alles gelögt. Oh, Mann, Alter! Hä? Wieso geht denn das hier nicht? Hallo, da! Hallo, was geht? Willst du den Enderdrachen heute legen? Wir können ihn auch heute legen. Ne, würde ich nicht machen. Dann eine Verbindung mit Nether bauen, okay? Ja, richtig. Genau, genau. Ist das schwer? Ne, voll einfach. Max, kurze Meinung. Hast du meinen Stream schon gesehen? Ne. Guck mal rein. So, was fällt dir auf? Oh, Scheiße. Ist geil, oder? Gott, nee. Wie, nee? Ist das jetzt ernst? Ja. Das ist deine Frisur? Ja. Okay, Max, let's go, Alter. Let the Enderdragon find, okay? Sprachen lernen. Auf geht's. Machen wir, machen wir, machen wir. Romana, darf ich ein Auge des Enderns haben? Nein, ich mach das. Ich will ein Auge Ender. Ein Auge Ender. Bitte. Ey, ey, ey. Aber warte, warte. Stopp mal ganz kurz. Ich mach's selber. Ne, was? Aber Revi, 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 du darfst es haben, aber nur wenn du es Emerald Pearl nennst, okay? Was? Das heißt nicht... Das heißt nicht Emerald Pearl. Okay, ich habe zwei Emerald Pearls. Let's go. Eine ist schon weg. Hä? Hallo? Die ist in die Richtung. Die geht Richtung Wald dahinten. Ja, wo ist Max? Weiß ich nicht, wo Max denn ist. Hey, ihr müsst mich mitnehmen. Ja, komm doch. Du bist weggerannt. Ich hab's verloren. Es ist weg. Warte mal. Droppen die nicht mehr? Doch, doch. Die droppen noch. Die droppen immer noch. Sekunde. Du wirfst sie und mit 20% gehen sie kaputt. Ich bin mal im Leuchtturm. Ah, da. Ah ja, okay. Ah, der ist eben kaputt gegangen. Okay. Komm ran, Alter. Was ist jetzt? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also Max. Max, komm mal her. Wir haben... Das ist wieder so süß. Diese Emerald Pearls, die wir da beim Villager traden konnten. Ja, genau. Die Emerald Pearls. Ich weiß nicht so. Die heißen Emerald Pearls. Das sind die Dinge, mit denen man sich porten kann, ne? Mit Augen. Auch, auch. Aber mit Blaze Rods machst du diese Emerald Pearls zu Emerald Augen. Oh, heftig. Das ist so schwer. Die Emerald Augen wirfst du dann in die Luft und die zeigen dir dann die Richtung an, wo die Festung ist. Ah ja. Und in dieser Festung müssten wir dann das Portal suchen. Okay, go. Okay, hab ich richtig. Wollen wir alle Betten mitnehmen? Oh. Oh. Alter, ich nicht. Max, Max. Können wir ganz kurz jetzt alle Leute in meinem Chat kurz für einen unglaublich großen Applaus aufrufen, dass Trimax diesen Call gemacht hat? Denn ich hab's vergessen, Max. Und das ist einfach nur stark von dir. Ich hab auch kein Bett dabei. Hat jemand Wolle? Wir treffen uns hier vorne und dann geht's los, Leute. Wir suchen uns den Enderdrachen und werden ihn dann am Donnerstag höchstwahrscheinlich erlegen mit unseren Waffen. Du hast das ganze Eisen gesteilt, du Assi. Nein. Doch, alles in der Kiste. Äh, das war ich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebeneinhalb Stacks, sechseinhalb Stacks Eisen. Was denn? Okay, dann guck, was ich damit gemacht habe. Guck. Komm mit. Ach nee, Alter. Ich werd mich wieder aufregen, oder? Ich glaube, du wirst begeistert sein. Halt die Schnauze. Tatsächlich ganz cool. Komm mit, komm mit, komm mit. Diese automatische Farm hier. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm halt hier hoch. Guck mal, ich hab ein Kind geklaut aus deinem Rotlichtmilieu. Ich hab da Brot zu einer Decke regnet und das hat das Kind entführt. Hab das zum Farmer gemacht. Und guck mal, der macht jetzt die ganze Zeit Weizen und Weizen Samen für uns. Voll automatisch. Weizen war jetzt keiner drin, nur Samen. Aber das ist geil, Max. Digga, du bist... Weizen hab ich grad 45 rausgenommen. Du bist advanced, Max. Du bist advanced. Geile Sau. Advanced, Junge. Freakin advanced. Wir haben so viele automatische Farbenmaschinen hier, Digga. Ja, guck, ist ein Weizen drin. Ist ein Weizen drin jetzt. Bam. Boom, Junge. Ich glaube sogar, Max, irgendwann bist du bereit für die Nether Goldfarm, wenn du die baust. Kriegst du bestimmt auch hin. Notfall genug, ähm, sichere Blöcke. Ja, bisschen. Sichere Blöcke sind alle, sind alle Blöcke außer Sand. Baue ich mir zwischendrin ab. Haben wir jeder Notfalleisen dabei? Nö. Nö. Notfalleisen auch noch nie gehört. Max, wir sind schon los, also... Ja, wir gehen jetzt um dich. Tschüss, Max. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr. Wenn du nicht mitmachen willst, dann mach nicht mit. Wie, das hat Spark gebaut. Ihr seid immer viel zu schnell. Er hat nur Tipps gegeben. Alter, Max, du hast mich wieder angelogen. Eigentlich hat Spark. Ey, seid zu schnell. Das ist low. Das ist halt echt low, was ihr macht. Ihr seid doch gekommen, um mir das beizubringen. Nein, du, du musst mitkommen. Und jetzt macht Revi das zum zehntausendsten Mal alleine. Weiter, ich werbe, ich werbe ein neuer, ähm, äh, Crystal Pearl. Crystal Pearl. Boom. Crystal Pearl. Hä? Ich hab nichts gesehen. Uli ist sogar aufgefangen, Revi. Ja. Ist crazy. So, neuer Crystal Pearl. Kann ich auch mal eine werfen? Ne, 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 du verlierst die. Du machst die wieder kaputt. Ja, du machst die kaputt. Ja. Du setzt, du setzt dich irgendwie drauf oder sowas. Das ist zwei. Und meine 18. Also. Aber die nutzen wir, also wir werden das Portal noch nicht aktivieren heute. Sonst springt der Sch*** alleine rein, Alter. Wir dürfen das erst am, wir müssen am Donnerstag, können wir den Enderdrachen zusammen machen. Ich bin morgen nicht da. Eine Woche. Internationale Funkausstellung. Wirklich? Ja. Ja, dann müssen wir heute machen. Dann müssen wir es heute machen. Dann müssen wir uns heute in Enderdrachen. Dann müssen wir uns richtig beeilen. Ich hab nicht so viel Zeit heute. Welcher Flughafen? Äh, wahrscheinlich der in Köln. Das ist weg. Nein. Nein. Du darfst die an der Hand. Ne, ne, ne. Ich hatte zwei. Oh, ne. Die ist geplatzt, Digga. Das war dumm. Wieso platzt die? Du darfst die auch nicht so oft werfen. Doch. Darf man. Ich hab doch Minecraft Video entwickelt, Romadra. Legen wir den Enderdrachen spontan einfach. Wieso müssen wir denn durch eine Dschungelklippe gehen? Was ist überhaupt eine Dschungelklippe? Wir hätten eigentlich auch unsere Autobahn nehmen können, ne? Egal. Wir nehmen jetzt Boote. Habt ihr Boote? Ja, hab ich. Achtung. Splash Dive. 3, 2, 1. Ich mach mit. Ich mach mit. Oh, Splash Dive. Er springt einfach runter. Ich hatte so viel Angst. Ich hab mich sogar in echt ein bisschen nach vorne gelehnt. Max? Ja? Willst du dir auch ein Boot machen oder nicht? Müssen wir viel? Ja, weiß ich ja nicht, Alter. Keine Ahnung. Guck mal hier. Bam, bam, bam. Zack. Kasten gebaut. Bam, bam. Kasten aufgestellt. Zack, zack. Holz. Zack, 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 zack. Oh, zack, 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 zack. Romadra wirf deine nächste Perle. Ok, warte. Romadra hat jedes Woche ne andere Perle. Fängst du sie auf? Wo ist sie? Max hat sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie außerdem geworfen. Egal. Sie ist kaputt gegangen. Ja. Dafür wirst du ringerichtet, soweit wir das Hause. Echt jetzt? Ja, aber sowas von. Du bist so doll hingeregtet für die Sch***. Revi, steig ein. Was machst du da? Digga, wie steig ein? Ich hab euch verloren. Es war verpackt. Ey, du musst einfach nur geradeaus fahren, Junge. Du musst einfach nur... Mein Gott, da waren wir schon längst. Du musst einfach nur geradeaus. Ja, das... Wir sind die ganze Zeit parallel zur Autobahn gefahren. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, was wir hier gemacht haben. Oh! Scharfe Kiln. Wir legen den Enderdrachen mit nach neun Meter und zwar mit Betten. Scharfe Kiln für Wolle. Max, du hast... Stopp, 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 stopp. Stopp, Komadra. Max, du hast doch Notfalleisen dabei, oder? Ja, Notfalleisen habe ich dabei. Gib mir zwei Stück. Zwei Notfalleisen. Digga, dass du mal... Ja, es ist ein Notfall. Gib mir zwei Notfalleisen schnell. Okay, ich... Äh... Wenn du jetzt hier reinwirfst, dann raste ich aus. Du wolltest ins Loch werben, ich hab's gesehen. Pass auf, ich schere jetzt die Schafe hier vorne. Denn dann können wir damit Betten machen und die Betten machen dem Enderdrachen ultra viel Damage, Alter. Wir können nämlich mit so einem kleinen Bug können wir den Enderdrachen richtig krank klappen, Leute. Gut, ähm... Ich möchte nicht mit dem Bug-Typ. Ich möchte mit dem Pfeil und oben töten. Es ist kein Bug, Allah. Es ist nur OP, wenn man das so macht, Max. Es ist einfach stark. Hör doch auf, die Schafe zu töten. Ich... Warum tötest du die, Alter? Max, hör doch auf! Max, was bist du für ein... Guck, guck ihn dir an, Alter! Alter, Alter! Ich dachte, wir brauchen... Junge, ich hab die doch geschert. Mein Gott, das ist doch nicht real, Leute. Lügenlachs, Junge. Ich werfe. Okay, ich werfe hier oben. Okay, wirst du? Da, dieser hinten, der zweit. Echt? Das ist gut. Oh, das heißt, es kann hier irgendwo sein schon, ne? Ja, ja, es muss hier irgendwo sein. Wahrscheinlich sogar schon hier irgendwo. Warte mal. Okay, das lässt sich. Wo ist die Pferde? Oh, hier? Oh, das sieht doch hier schon fast aus, nach was Besonderem. Ne, man kann das an der Oberfläche überhaupt nicht erkennen. Weil das könnte hier sein. Ja. Wo ist die? Die ist nach unten. Echt? Ich glaube, sie ist nach unten. Wo ist die drunter? Wir haben's. Schaufeln! Auf geht's. Schaufeln! Schaufeln! Digga, das ist so geil, ne? Das ist sehr komplex, das Spiel. Hört auf, euch denseits zu schlagen, Junge! Mann, seid ihr gierig! Romatra, Junge! Schaufeln! 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 Hör auf! Du Asozialer! Mann, mach doch nicht meine Fackeln weg! Ey, ihr seid solche Kackpenner, seid ihr? Eisen mitnehmen! Nein, wir sind nicht zum Farmen hier, Max! Mann, Romatra, Junge! Hier, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Hier vorne! Boom! Du hast gar nichts! Wir sind drin, wir waren vor dir drin, Revi, du bist so schlecht in dem Game. Ist hier ein Spawner? Bücherei! Boah, hier können wir so geil Bücher farmen, guck mal! Bücher farmen, Bücher farmen, Max! Ich hab extra ne unendliche Buchfarmen gemacht, aber... Unendliche Buchfarmen gibt es gar nicht, Junge! Lügen, Max! Dann komm mal zu mir! Ist immer relativ weit unten in diesen Dingern. Ich hab's, ich hab's, hier vorne ist es! Max, hier unten! Hier unten! Guck mal, Max, hier unten! Warte mal! Lass mal leben, lass mal leben, Max! Guck mal! Was ist das? Alter! Vorsichtig, Max! Töne doch schnell, töne doch schnell, Max! Was ist das denn? Töne es! Was? Hat der lange gebraucht sein Schwert auszurüsten, cool! Boom! Was war das denn? Ein Silberfisch? Boom, 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 boom! Boom, boom, boom! Boom, boom, boom! Drei, zwei... Junge, er geht einfach vor! So ein Assi! So geil von mir! So, warte vorsichtig jetzt! Er ist ganz viel rohes Schaftfleisch! Ich hab nicht nur Pfeile! Gib mir alle eure Pfeile! Ich hab 46 nur, Bro! Fünf Pfeile sind gedroppt! Hahaha! Ich hab zehn Pfeile jetzt, um ihn in der Tat zu töten! Guck die Enderman nicht an! Wir haben keine Kürbisse dabei! Ihr müsst diese Steine... Aber ich hab ne Taktik! Ich hab was gelernt! Komm her! Ich hab... Ihr müsst die Dinger kaputt machen! Hier können wir nicht von Enders angegriffen werden! Von Enders? Es geht schon richtig los, Alter! Max, was machst du? Das hab ich gelernt! Da könnt ihr Ender sich angreifen! Max! Rüstung außen anziehen, schnell! Er buggt! Ich slap ihn! Ich slap ihn! Ich slap ihn, er buggt! Zack! 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 Geh mal da weg! Geh mal da weg! Geh mal da weg! Achtung! Achtung jetzt! Oh, oh! Ich werd sterben! Oh, oh! Let's go! Alter! Das war so OP, was ich gemacht hab! Das war der heftigste Minecraft-Clip der ganzen Welt! Junge! Wir müssen diese Dinger kaputt machen! Wir müssen diese Dinger kaputt machen! Solange der Ender noch stuck ist! Ah, jetzt ist es zu spät! Wir müssen hoch und diese Dinger kaputt machen! Raff dir's denn nicht! Kann man da reinschießen? Ich versteck gar nichts! Ich werd nur von Enderman schon angegriffen! Ja, Mann! Es geht! Okay, dope! Ihr müsst diese Dinger kaputt machen! Wir müssen diese ganzen Dinger kaputt machen! Welche Dinger denn? Bist du dumm? Können wir mal kurz pausieren? Alter! Nee! Pausieren, Junge! Bot, Junge! Ja, komm mit meine Enderman-Rüstung! Ja! Das ist gut, ne? Das ist tatsächlich übel gut, Michael! Das ist richtig gut, ja? Das ist tatsächlich sehr geil, Alter! Ich will nichts gegen uns machen! Doch, die bauen die ab! Die bauen deine Enderman-Rüstung! Ganz langsam aber nur! Jungs, ich geh hoch und mach das letzte kaputt! Okay, Revi, du machst das! Ihr seid so eine Scheiße! Gar nicht, Alter! Ich bin tot! Ich bin tot! Alter, nee! Der hat meine Rüstung... Der hat... Ey, was ist denn mit euch? Ich kann den Drachen jetzt nicht alleine legen, Jungs! Ihr müsst jetzt zurückkommen, ne? Ja, ich vereine mich! Stirbt doch, Junge! Okay, dope! Dumm! So, ich glaub alle... Ich glaub alle sind kaputt! Alle von den Dingern! Jetzt heißt es... Alter, ich mach hier oben... Ich mach hier oben alles einfach! Ich mach hier oben alles! Was ist das? Ich muss den Drachen jetzt legen, Jungs, ne? Warte kurz! Romantra, Digga! Wir sterben sonst! Verstehst du's nicht, Digga! Du bist los! Kann ich ihn angreifen? Was? Ja! So, wir machen das jetzt... Digga, ich komm mir vor wie bei... Herr der Ringe! Wie heißt das nochmal? Hobbit! Was sind das da oben für Dinger? Die musst du mal kaputt machen! Boom! Hab ihn! Treffer! Nice! Schlafen, schlafen! Wieso schreiben alle schlafen? Nein, nein, nein! Die wollen nicht trollen, die wollen nicht trollen! Pass auf! Super lustig, alles klar! Max, wir müssen jetzt da hoch! Guck mal, siehst du das da oben, wo der Drache hängt? Ja! Das Ding müssen wir treffen! Dann ist alles cool! Treffer! Ja Max, du musst das Ding kaputt machen! Raffst du's nicht! Max, wir müssen das Ding da oben kaputt machen! Der Drache ist zu laut! Gib mir deinen Bogen, gib mir deinen Bogen, Max! Gib mir deinen Bogen! Wieso denn, wieso denn, wieso denn? Weil du Unendlichkeit hast! Gib mir deinen Bogen! Nein, nimm mir die Feile! Gib mir deinen Bogen! Ey, wir haben keine Zeit für die Diskussion! Ey, du bist so ein Spassi, Alter! Ich geh jetzt zurück, Digga, komm! Du stirbst jetzt einfach, ist mir egal! Wenn du's willst, dass wir's schaffen, dann gib mir deinen Bogen! Pass auf! Bist du eine Missgeburt, Alter! Wie kann man so sch*** sein, Digga? Wie kann man so sch*** sein, Digga? Du bist so ein Bot, Junge! Du bist so ein Bot, Digga! Ich hasse dich, Mann! Ich hasse dich, Alter! Du bist so eine Missgeburt, Junge! Halt deinen Maul, Digga! Halt einfach deinen Maul, Max! Wirklich, du bist nur ein Trottel, Junge! Ich hasse dich, Digga! Ich hasse dich wirklich, Mann! Das ist komplett deine Schuld, dass wir hier gerade verreckt sind! Das war diesmal deine Schuld! Du gehst ohne Feile! Gib mir diese Sch***! Ohne Bett! Ohne Essen! Ohne Mutfeile! Ey, ich hab alles gemacht! Ich hab alles gemacht! Ich seh das nicht ein, Alter! Ich seh das nicht ein hier! Noch weiter mit dir zu spielen, Junge! Ich seh das nicht ein! Diese ganzen Kristalle hab ich alle kaputt gemacht! Du hast dich da unter einer Sch***! Ich hab super auch nice Hits verteilt! Du hast einen Sch***, hast du gemacht! Du hast einen Sch*** gemacht! Du Trottel! Lebst du noch Max? Verfußidiot, Alter! Nein, kannst du bitte unsere Sachen sapen! Nein! Nein, nein, wir sollten unsere Sachen nicht sapen! Wir müssen jetzt zurück dahin! Du bist ja so lost! Alter, wie ich das, Digga! Ich schwör, ich kehre dich gleich per Konsole, Max! Du kotzt mich gerade so an, Alter! Das sollte die Minecraft-Folge meines Lebens werden! Und ihr verkackt zu hart! Junge! Ich hasse dich so! Du hast den letzten Mal vollständig gefunden! Deswegen warte ich einfach kurz! Wenn du da bist und dann lauf ich mit dir zusammen! Ich bin lost! Ich hab verkackt! Ich hab verkackt! Ich peh mich jetzt zu dir, Alter! Ich hab keinen Bock mehr! Komm rum, Adra! Was? Ich hab jetzt keinen Bock! Das wir jetzt wegen Sch*** verlieren, Digga! Aha! Wegen mir! Wow, Alter! Ja, es ist ja so! Ja, soll ich meine Sachen auch alle verlieren? Dann machen wir es gar nicht! Ich hätte einfach nach rechts müssen! Müssen wir! Max, legen meine Sachen noch am Boden? Ich heule! Max, liegen meine Sachen noch auf dem Boden? Oh Mann, ich... Ja... Wo liegen die Sachen, Max? Die lagen hier vorne! Die lagen hier vorne! Hier, wo das Wasser ist! Hier, wo das Wasser ist! Hier, wo das Wasser ist! Ja, ja, da liegt was! Geht mir! Geh doch da weg! Wie kann man so eine Mann sein? Gib mir die Sachen! Du hast alle meine Sachen eingesammelt! Schnell, 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 schnell! Hinterher, hinterher! Ist mir sicher! Der triggert! Hier kann uns der Drache nicht anhaben! Ja, das war's! Gib mir deine Sachen! Hier ist alles drin! Komm her, komm komm komm! Nimm die raus, nimm die raus! Boah, bist du ein... Opfer jetzt! Gib mir deinen Bogen! Gib mir bitte deinen Bogen, Max! Hier, 10 Pfeile! 10 Pfeile gegeben! Das reicht nicht! Gib mir deinen Bogen! Weil du hast Unendlichkeit! Wieso habt ihr denn keinen Unendlichkeitsbogen? Weil ich Mandeln auf meinen Bogen hab! Max, bitte gib mir deinen Bogen! Du hast ihn doch schon! Gib mir deinen schnell! Gib mir schnell deine und die Pfeile! Ich hab deinen Bogen nicht! Ich hab deinen Bogen nicht! Doch, hier! Hier, nimm! Ui, Scheiße! Jetzt haben wir kein Lager mehr, das war's! Komm, Max, den Drachen ist kleppen! Ich bin schon wieder gefangen! Ich mach's jetzt alleine, Alter! Es geht nicht anders! Alter, sind wir kaputt! Sind wir dumm! Schlagen wir uns bisher gut? Nein! Max, wo bist du? In meinem Lager, Digga! Weil ich angegriffen werde! Ich werde angegriffen! Du musst mir helfen! Ich kann dir nicht helfen! Eins, was ich machen kann, ist folgendes! Schlitz! 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 Was muss ich kaputt machen? Gar nichts! Der Drache muss jetzt erstmal runterkommen! Wo sind die ganzen Betten, Max? Sag mir, wo die Betten sind! Hast du Betten im Inventar? Gedroppt! Eins gedroppt hierhin! Ich brauch mehr, ich brauch mehr! Noch eins gedroppt! Oder? Schieß mit dem Boden drauf, wenn er kommt! Er ist da! Und Schuss! Daneben! Sehr stark! Ja, Schlag drauf! Nein! Nein! Wieso hast du gesagt, Schlag drauf? Weil ich dachte, das macht Schaden! Max, kommst du zurück? Kannst du meine Sachen einsammeln? Wird schwer, kriege ich hin! Ey, was hast du für einen Müll dabei, Alter! Kann ich ihm... Wir haben viel zu viel verloren! Was war das für eine Explosion? Das war ein Klipper. Ah, Digga, es ist links am Leuchtturm explodiert! Digga, der Drache ist echt insane stark geworden! Der heilt sich die ganze Zeit! Ich weiß das noch! Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich down, ich hab ihn gleich down! Ich komm, ich bin da, ich bin da, ich bin da! Ich hab ihn gut gedamaged! Leute, nicht mit dem Schwert! Nicht mit dem Schwert! Wenn ich ihn jetzt mit dem Schwert haue, schleudert er mich hoch! Und ich weiß nicht, ob ich den Waterbucket dann hätte! Wieso werde ich direkt von 18.000 Endermännern an, Digga? Weil ihr die anguckt! Wo denn gucken, Digga? Wie spielst du das Spiel denn komisch? Hast du mein Stuff in die Kiste getan? Ey, mein Stuff ist nicht in der Kiste! Ruhe! Mach mal meine Dachen bitte! Ruhe jetzt! Ready! Ruhe, ich mach den Drachen jetzt! Er ist fast down! Ein Hit noch, Romatra! Gib mir meinen Bogen! Und feil! Hört auf hier rumzulaufen! Meine Fresse! Ich brauch meinen Bogen und feil! Boom, hab ihn! Mein Gott, Alter! Ich hab ihn gebrochen! Nein, ich hab doch den Erfolg bekommen! Ah, Jungs, ey! So! Magst deine ganzen Sachen liegen jetzt hier in der Kiste! Was sind das für Geräusche? Ich hör euch nicht! Boah! Alter Schwede! War das stressig mit euch, Junge! Ich hasse euch beide so! Alter, das hat mein Bogen einfach nicht gegeben! Mein Gott! Hasse ich euch sehr! Alter, war das schwer mit dir! Also Romatra, ich hätte das Problem los hinbekommen, aber du hast dich echt schwer gestellt! Halt deine F***, Junge! Halt einfach bitte dein Maul, Max! Ey, Leute, Mann! Junge, Alter! Alter, war das ein Struggle mit dir! Und ab dafür! Ins Portal! Ich wollte kurz Endstream haben für den Erfolg, jetzt komm ich zu euch! Hol das Endereck! Ich hol das Endereck! Nein! Machst du nicht, Max! Komm zurück! Wir sind alle extra zurückgegangen! Du machst es falsch! Es gibt eine bestimmte Technik, wie man das macht! Wenn du das verkackst, Max, dann haben wir ein riesiges Problem das ganze Spiel über! Komm erstmal zurück in die Base und dann gehen wir nochmal zusammen! Könnt ihr mich abholen? Es sind so viele Endermans! Mein Gott! Du musst einfach nur das Portal, Junge! Du regst mich so auf! Du musst nur in das Portal springen! Alter! Das ist doch nicht so schwer! Das ist doch einfach! Da ist ein Portal, da springst du durch! Ich war noch nie so aggressiv! Ich hab so wenig Leben! Du spawst in unserer Base, wenn du in das Portal gehst! Ich bin Level 64! Wenn du in das Portal gehst, spawst du in unserer Base! Wie komm ich da hin? Wo ist das Portal? Du springst in das Portal in der Mitte! Junge, ich bring dich um! Hast! Das nächste Musik! Sobald ich mich von meiner Kuchte entferne, werde ich von 50 Endermanschen! Du gehst in das Portal und springst! Du sprintest durch und gehst da rein! Die können dir nicht folgen! Zeit für heftige Plays! Zeit für heftige Plays! Alter! Kotzt mich das an, Junge! Ich war noch nie in ganz Minecraft so aggressiv! Ultra heftige Plays! Halt's Maul! Guck dir das in Zeitlupe auf YouTube an! Ich will ein Sch*** von dem sehen, was du da gemacht hast! Ist einfach nur peinlich mit dir, Junge! Ich hab wirklich beide de facto nichts gemacht, Alter! Ich hab wenigstens Schaden gemacht! Wann hast du den Ende? Ja? Ich hab zwei dieser Dinger abgeschossen, bevor ich gestorben bin! Ja! Ich hab insgesamt elf oder so! Keine Ahnung! Nein, natürlich nicht! So! Jungs, wir gehen jetzt zurück! Seid ihr ready? Wir gehen nochmal hin! Ich bin gar nicht ready! Nein, nein, nein! Ich hab gar nichts! Ihr braucht nichts! Ab jetzt ist easy! Jetzt holen wir uns Elytras! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!